1, 2, 3, 4 Ein ganz normaler Tag muss es sein, wo ich nicht weiß, ob ich lach oder wenn Ich schau' auf die Straße und auf einmal kommt der Teufel herein 1, 2, 3, 4 Er stampft umher, er stampft umher Er ist der Teufel, ist es so schwer? Von eins Luchen bis auf die Knochen Ich hätte am Bus versprochen Aber nur kommt der Teufel, kommt der Teufel ein Was ist passiert, kannst du mir das bitte erklären? Hat dein Papa dich gesuert, lass deine Mama dich blähen Und auch wie kann das sein, dass du einen verdrischst Nur weil er anders sein muss, als wie du glaubst, dass er ist Wer oft fragst du selber, wie gern war ich nicht? Wenn du allein durch die Strasse schlägst, dann hast du nicht Aber du bist nicht, kannst du sagen, schau dir nicht einmal an Gib dir einen Scheißdreck auf das, wirst du glaubst, dass er ist Der Teufel 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Teife und Peppater. Inan. Im Kombi-Angebot. Danke. Ein Hurt? Der Thomas hat sicher einen Hurt. Ich habe vergessen zum Frauen. Oder er hat keine Zeit gehabt. Ich glaube, das ist weiter. Das nächste Stück ist das letzte vor der Pause. Es ist wieder mal eine Vertonung von einem Gedicht vom Anatol Wittutsch. Cool. Es heißt, ein U-Bahn-Sandler sei weird. Herzlichen Dank. Die Inge wird uns nachher mit dem Hurt gehen in der zweiten Hälfte. Das ist jetzt die Inge. Die ist echt. Die ist approved. Das ist die reale Inge. Okay. Auf die Späte. Auf die Späte. Auf die Späte. Vielen Dank.